Okay, Freunde, welcome back. So, triff dich mit Sigurd, was hat er zum Sagen? Hmm. Hab ich. Du bist hässlich hier. Was? Nehme ich nicht so, ich verzichte, kommen wir zum Punkt. Und wenn ich doch will, kommt zum Punkt. Okay. 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 Uha! Tja, wir haben... Ich bin glaube ich eh gerade nicht so flüssig, deswegen werde ich nichts bezahlen. Ich kann nicht mal Ja sagen, weil ich habe nicht genug. Ich kann nicht nur meine Hände nehmen, aber ich kann nicht nur das Problem. Ich kann nicht nur das Problem. Ich kann nicht nur die Hände nehmen, sondern auch die Hände nehmen. ich habe noch nicht genug kohle gehabt was sollten machen 500 ok so da kann man rein oder ich lasse da rein ok du mir gefallen und stoße ihn nicht runter ok danke so was machen wir mit euch beiden ok wie wäre es mit dir zuerst wenn du so ganz alleine da bist zufällig und nicht gescriptet ja ok hat keiner mitbekommen na gut da war ich sehr leicht gläubig aber hier ach scheiße piu piu ok kommen wir da rein warum auch nicht aber lohnt sich das da rein ich glaube nicht na dann gehen wir wieder so wer ist der nächste glückliche ok ok du würde ich sagen ja Ja. Okay. Ja, war eh klar, na gut. Wenigstens ein paar haben wir gestreift, gekillt. Oh. Hui, na, schau mal hin. Ähm. Jo, ich weiß schon gar nicht mehr, was meine Skills alles können. Na, scheiße. Das können wir an, das geht wirklich. Okay, den Giftblödsinn habe ich im Dreier. Das ist mein Einser. Binde einen Beutel mit einem flüchtigen Pulver an deinem Ball, das sich um das Ziel herum ausbreitet. Jede Bewegung, wer will das Pulver auf und zündet es. Okay, das ist ja irgendwie... Ha! Burn, motherfuckers! Da ist ja die Dicke, hier. Soll ich die... Na super, hier will ich die Dicke umhauen, hier. Okay, ich glaube ich habe eh keine Wahl. Tja, schade darum halt, ne? Naja. Und er hat nicht mal irgendwas zum Looten für uns, was ein Scheiß. Oh, geheime Falltür, ne? Geheime Überraschung. König Burgreds Angebot an diejenige namens Toner. Dir wird aufgefallen sein, dass beträchtlich viel Silber zu deinem Lager gesendet wurde. König Burgred will dich um eine kleine Gefälligkeit bitten, nämlich um deine Augen und Ohren in Rheopidunen. Achte vor allem darauf, ob Legrakester oder Tempelbruch erwähnt werden. Sollten diese Orte je Teil der Pläne der Ragnussons werden, lenke sie davon ab und erstatte der Krone sofort Bericht. Wenn du dies für den König tust, werden deine Truhen nur so überquellen. Gezeichnet ein edler Diener des Königs von Mercia. Möglicherweise. Na, wir sind aber noch nicht fertig, oder? Irgendwie schade, dass ich es jetzt ungehauen habe. War eigentlich nicht so geplant. Vielleicht wäre ja irgendwie was anderes passiert, wenn sie noch leben würde. Aber das ist nicht so geplant. Innen die Frisse. Ton aus Tagebuch. Ich war in Repodeo. Ich sah, was diese Dänen in so kurzer Zeit aus der Stadt gemacht haben. Man kann kaum noch erkennen, dass dies einst eine sächsische Stadt war. Ragnas uns her wird klug geführt. Uns zwischen sie und den Thron Mersis zu stellen, wäre der sichere Tod. Stattdessen werden wir auf dem Grenzstein wandeln, Geheimnisse in Erfahrung bringen und so viel wie möglich aus beiden Seiten herauskretschen. Ja, das kommt mir bekannt vor. Ne, ich warte nicht. Gibt es hier gar nichts. Keinbar nicht. Na gut. Hier gibt es hier wirklich gar nichts eigentlich. Ich bin die ganze Zeit schon müde hier. Aber es reicht trotzdem für euch. Oh shit. Großer, böser Wolf. Jawohl, hilf mir, Wolf. Danke, Wolf. Gibt es hier wirklich gar nichts hier? Gibt es hier wirklich gar nichts. Naja. Dann würde ich sagen, wir gehen wieder. Wir haben ja was wir wollten. Ich hoffe, unser Best-Trend Iva, glaube ich so heißt er, ist nicht böse auf uns. Welchen machen? Keiner da. Keiner da will alle kaputt sind. Da. 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 Stress. Ja. Ja. Warum nicht? Er ist mein Best Friend. Ich mag ihn. Er ist schon richtig kranker Bastard. Boah, 40 Silber. Und ein Levelchen. Hm, keine Ahnung. So, wieder die Frage der Fragen. Schwerer Schaden. Das ist eigentlich ziemlich crappy gerade, was wir da haben. Nahkampfschaden. Okay, das haben wir eh schon. Ausweichen. Hm. Von Sachsen. Was nehmen wir denn hier? Was macht eigentlich ausweichen? Keine Ahnung. Hm. Das ist irgendwie alles ziemlich crappy, muss ich sagen. Bringt den Schaden von gegen den schweren Angriffen. Okay. Kritische Schaden. Na gut. Na gut. Machen wir kritische Schaden, oder? Na gut. Da haben wir weitere Bäumchen aufgedeckt. Na gut. Mehrere Quests. Na gut. Okay. Was haben wir? Na gut. Gerüchte über Lega-Dingens, die Mauern von Tempel-Dingens. Was? Na gut. Na gut. Wir machen... Was? Achso blöd. Ich wollte einfach nur raus wieder hier. Oooh. Damn. Danke dafür. Komm, gib Gas. Mit deinem Horn kannst du den Langschiff zu einem nahegelegenen Lösrufen. So, wo ist der Kollege in 1300 Metern? Ja, Ausrüstung verbessern hier, würde ich gerne mal legen, aber ich kriege keine Barren. So, wo ist er der Pastorum? Du faszinierst ja, was. so ist er wo ist er hier da oben war sogar mal nützlich unser Vögelchen Vögelchen wie kommst du da drauf eigentlich und wer ist er 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 jetzt ist er wieder mit euch wer ist er 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 wieder mit dem Schlüssel aber haben wir den nicht wirklich schon zweimal oder so aber ich glaube er hat ja gar keinen Schlüssel mehr dann haben wir den letzten mal auch umgehauen und dann ich bin immer vorsichtig so 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 ja ich habe es schon, oder mhm Und was sucht mich? Eine weiße Maske. Hier nicht. Okay, da ist aber auch nichts. Ja, dann nimm dir was davon, ha, so, wuuuh, einmal da, leuchtet was. Aber wie komme ich da wieder hin, ha, so, gib mir meine Pfeile zurück, ha, was, was. So, Aufzug bitte. Okay, wo bin ich da jetzt, ha. Hm. Wie komme ich da jetzt wieder hin, ha. Fragen über Fragen. Das ist der Hauptraum. Hm. Oh. Die Tür doch wahrscheinlich, oder? Werde wir Gott sei Dank eine Schlüssel haben. Was denn du da? Ja. 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 Da. Ja. 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 Jo, wieder G. Ui, unser Bastardu-Freund dreht gerade durch. Das ist ja gut. So, wo ist unser Kollege? Holy shit, das geht dort ab. Okay, töte diese Adopten. Okay, töte diese Adopten. Oh ja. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wo ist Tempel-Dingens? Da ganz oben. Wo wir natürlich keinen Waypoint haben. das dann irgendwann. So, wir müssen in diese Richtung. Aber vorher schauen wir, was es da noch gibt. So ein Anomaliescheiß wieder. Na, das ist genau das, worauf ich Bock habe. Na, das ist gut. Na gut. So, was bist du gerade? Sperre. Sperre führen zur Desynchronisation und setzen deine Vorschrift auf den vorherigen Checkpoint zurück. Okay, also nicht berühren. Verschiebbare Reflektoren können bewegt werden und verändern die Richtung eines Lichtstrahls, der durch sie hindurch scheint. Okay. Was brauchen wir? Achso, wir brauchen das fette Teil da hinten. So, wir schieben dich halt mal da irgendwie da her. Dann springen wir wieder rüber. Und ballern das Ding. Darüber. Okay. Okay, ich dachte jetzt gerade, das geht nicht. So. Ähm. Achso. 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 Was war denn das jetzt für Bullshit? Das hört irgendwann... Das geht irgendwann aus oder was? Ja schön. Okay. Haben wir jetzt genug Zeit, das ist ja gerade wieder... Das ist ja fies hier. Kommt gleich da hoch, da... Ach, menno. Okay. Dann warten wir halt einmal, bis es aus ist und dann wieder angeht. So gemein. Okay. So gemein. Ja, das Ding ist... Okay, auf einmal springt sie jetzt hoch, ja. Ich weiß nicht, sie hat es irgendwie nicht gemacht, ja. Ich weiß nicht, wo sie hingeht, aber... Sie springt halt einfach nicht. Okay. Ist ja nicht so, dass sie es irgendwie beeinflussen kann. Ich kann ja eh nur die Taste halten, die Richtung, aber... Ja, was ist ich? Steuerung ist manchmal echt bisschen agi. So. Hoch. Rüber. Hoch. 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 Rüber. 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 Springen. Ok, danke. So. Was geht hier? Wir müssen weiter hoch. Ach du scheiße, ich bin hier wirklich? Boah. nicht so wild so da drüben haben wir so einen der ist komplett useless ich kann dich überhaupt nicht bewegen es geht zur firma okay das ist nicht gut was das für scheiß so hält es nicht so kurz okay das geht mal gar nicht dass wir darüber kommen ja was das ist irgendwie nicht meins hier ja den verschieben bringt mir gar nichts was ist mit dem da bringt mir auch nichts da komme ich dann weiter hoch den brauchen zum hochkommen ok sehe ich an muss ich wirklich okay 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 das kommt mal irgendwie in progress aber was machen wir mit dem können wir den daher ballern oder das ist der daher das müsste gehen dass ich dann darüber kommen oder nein das geht nicht ich brauche ich den dort ich brauche ich den dort umgestellt sage aus die an du mal auf das spring hey okay aber das ding hält wieder nicht lang genug ne ich muss darauf klettern und dann da hoch so los junge spritz ab den da hinten brauche ich aber ja der muss auch für irgendwas gut sein oder das kann nicht sein dass der einfach komplett useless ist ja ach gott fuck you warum mache ich so'n scheiß auch überhaupt so warten bis es weg ist springen 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 also baller den auf das ding da aber wie ich hätte es so lange dass ich wirklich rüberkomme da komme ich ja nirgends durch und von da kann ich auch nicht drüber springen jetzt jetzt wird es länger her verdammt nochmal hey was ein scheiß gott ich hasse das aber ich will nicht nachschauen oder so das geht sie nicht aus ne das ist der ist irgendwie länger oder der ist durchgehend ne der ist durchgehend der ist oder so immer da also wie komme ich da rüber hey so oder wir nehmen den da jetzt auch okay probieren wir mal so gehen wir weg damit deutscher dass du fick dich fick dich so okay wir machen irgendwie progress glaube ich hm 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 so spritz her da aha hoch so so und jetzt müssen wir wahrscheinlich da dann wieder hoch ne oh mein gott oh mein gott oh mein gott oh mein gott na gut wir machen den da her den da her ich schau mal was abgeht na 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 ne na 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 ok uh so was ist mit euch So, wohin spritzt du, Junge? So, keine Ahnung, das geht sich das so aus, hält der lang genug hier? Nein, tut er nicht, aber... Ach was! Ich komme da nicht mehr runter her, normalerweise. Okay, probieren wir es nochmal, welcher? Zu früh. Okay. Hat es eigentlich einen Unterschied, ob ich das Ding da herstelle? Ah, verdammt nochmal hier! Was ist denn ernst hier? Okay, das geht nicht! Ist schlecht! Okay, na, wir haben ja noch einen irgendwie, probieren wir es. Okay, du gehst einfach so an und aus, oder was? Gehst du wieder aus? Naja. Jo, warum sprichst du da jetzt runter her? Okay. So, geh aus. Okay, aufzug und dann haben wir es hoffentlich hier. Ja, ich höre auch immer Stimmen. Selbst wenn ich allein bin, sind wir zu dritt. Und... Na gut, danke. Okay. Wow. Einfach nur ein Rätsel. Und sonst nichts. 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 Keine... Mahlzeit oder irgendwas. Was denn scheiße? Schöne Landschaft hier. Abwechslung hier mal wieder. Nee. Oh Gott, ey. Jetzt sind wir da, ha? Fragezeichen. Geht aber hinunter, oder? Das ist ein Trinkspiel-Scheiß. Ja. Ich drücke schon alt. Was soll ich noch machen? Hallo. Ich höre die Steuerung ist echt. Alt. Warum nicht gleich? So, ich sehe nichts. Jo, hier ist nichts drin. Nein. Ehrlich nicht. Toll. Ne, das hat sich ja gelohnt. Oh Gott, ich sehe. Ich sehe. Was sch suppe ich noch? Ich sehe nichts drin. Und dann, was ich sehe. Oh Gott, ich sehe das. ja danke, so hat uns wieder irgendwo auf der karte ein büchlein markiert irgendwo keine ahnung wo vielleicht hat uns auch verarscht kann auch sein wo geht es dahin was gibt es da da kann ich wieder saufen ja ja ja, haben wir genug hoher einsatz wie viele müssen wir trinken, wie viele becher wo sind wir wirklich mit becher diesmal ach du scheiße was zwei, vier, sieben ach, glaube ich, sind's, oder? kann ich so genau schauen ah, ich glaube, sieben sind's eh, wo ist's? ja, ich glaube, sieben sind's ja, ich glaube, sieben sind's oh Gott, okay weniger reden, mehr trinken perfekt der war auch ganz schön gut hier, ich glaube, mal ein bächer Vorsprung hier na gut so, sonst wer ist er man weiß es nicht gut äh, aufrichtiger Brief also, hier Eintrag brachten mich seine blauen Augen aus der Fassung doch noch mehr störte es mich dass ich, je länger ich in seiner Nähe bin es immer schwieriger finde mein Herz zum Schweigen zu bringen wir fürchten um unser Leben als sie kamen doch, um ehrlich zu sein ist Snottingham und der Jarl Hemmings Herrschaft ein besserer Ort geworden ja Wayne Wayne interessiert's okay, sonst ist hier eh nix da ist auch nix du hast nix mehr für uns, ne? ja, ja, okay dann wieder hinaus mit uns naja, jetzt sind wir jetzt aber ganz schön weit weg hier und im Schatz mit uns und im Schatz und im Schatz und im Schatz das ist ja irgendwo da unten sowieso toten kopf wer bist denn du wieso hat er mich gesehen jetzt hier oha au rache botschaft wo komme ich wieder zu dem scheiß schatz komme ich in dieses haus dem haus war ja nix ach das ist irgendwie nervig hier wirklich komm sag mir das da runter geht hier ja ja ich schätze ich anhören und wofür wird kohlebahn oder okay das sind die das sind die ganz starken na nicht schlecht na gut sonst gibt es hier das interessiert mich gerade nicht komm komm schnell abwertchen und du wirst du du wirst du und so unter level hier die alle truppen kopfmäßig drauf sind okay das war eigentlich gar nicht gut warum mache ich so es lohnt eh nicht die zum umhauen das ist sie wieso es voll komisch super was sind denn jeder für ein level hier ich muss 250er gebiet das ist sehr schön ja 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 ok Na gut, und was Sie gut zu sagen hat, das hören wir uns beim nächsten Mal an. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.